Ich hätte trotzdem eins gegen fünf gemacht gegen sie sind. Achso, achso. Ich zeig dir auch mal, wie ich eins gegen fünf mache. Da spring ich rein und dann sterbe ich. Ja, die glauben so aus die Gruppe. Alter, bestellt mal Level 4. Du bist ja übel peinlich da oben, ne? Ich bin peinlich unterwegs. Nee, ich spiele ja auch nie Maokai. Ich hab jetzt nur die Maokai gesehen. Achso, das ist der legendäre Fenerix da her. Ich hab dir toll aus, das ist seh ich voll ausgelutscht. War viel zu langweilig. Ich wollte eigentlich Ilaoi spielen, aber ich durfte ja nicht. Also, na, eigentlich, eigentlich wollte ich Kalister Toplane spielen. Wieso hast du keinen Feather of Maokai dabei? Ey, warte mal. What the fuck? Was ist mit dir kaputt? Hey, keine Ahnung, frag doch, rechweiß ich so jetzt hier, ne neue Mädchen. GG, Meister, Ignite mit der Oriana Report, ich sowas. Ja, ja, ja. Das wird sein. Also, wenn du nach der dritten Minute keinen Double Kill auf der Botlane hast, bist du definitiv ein schlechterer ADC als ich. Achso, jetzt holt der ADC also die Kills auf der Botlane. Hä? Das wird ja immer interessanter. Ja, was denn sonst? Der ADC ist noch dafür da, man. Guck mal, der Rage trittet ja schon. Das einzige Hof wie der ADC da ist, ist einfach ein lebender Banshee für das Team zu sein. Junge, ich farm erstmal mal ein paar Minütchen, ja. Genau, wenn da ein schönes Killset-Up liegt daneben, Alter, dann kenne ich die irgendwann vielleicht mal. Irgendwann vielleicht mal. Ja. So, Mirko, wir wollen erst reinen Calls von dir hören. Ich komme jetzt nicht so, Alter. Ich habe gerade erst aufgewacht. Jetzt hat er den ganzen Tag gewacht und wir haben die ganze Zeit hier eine Loll gespielt, die auf Suchenknochen, Alter. Ja, ja. Deswegen haben wir auch 13 Games und 40 Games. Hehehe, ja. Wir haben weniger Normen zu Custom Games spielen, Alter. Und mehr Rangles hin. Das wird jetzt aber immer interessanter bei den E-Masteries irgendwie. Das ist so eine Deathfire, äh, Malsa Support, wo Dick died. Ach so? Gehst du mit Jhin auf Crit oder auf Armor Pen? Ich geh gleich AP, wenn du noch so eine dumme Frage stellst. Was ist denn das für eine Frage, Alter? Nur das von Ernst kam heute Frage. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, was daran so schlimm ist, das zu fragen. Ich meine, ich bin nicht alle ADC. Äh, nach dem neuen Changes musst du Armor Pen wieder bauen. Okay. Ah, muss, muss, muss. Das ist zu nix. Das ist zu nix. Ich geh gleich Crit, Alter. Ich meine nur, weil, äh, Armor Pen gegen Tanks halt schlecht ist. Was? Was? Ja, Alter, Ufo, man. Welche ELU spielst du? Hey Junge, es ist doch so. Was ist los für euch, Mann? Hehehe. Hallo, gegen Tanks ist Crit viel besser als Armor Pen. Armor Pen ist nur gegen Squishy Scoot. Aber man kriegt die Leute ja trotzdem down dann, weißt du? Es ist ja nicht so, als könnte ich keine Tanks gelüten. Habt ihr jetzt ernsthaft gedacht, Armor Pen wäre gegen Tanks gut, oder was? Ihr seid so dappich, Jungs, ihr seid so dappich, ey. Hehehe. Alter, darfst du ja nicht sagen. Ich hab's gewusst. Du musst ja gleich angeprangert. Ja. Schon, Alter? Ist ja aber langsam feindlich. Genauso bei den Gegnerischen Masteries, Mann. Was ist los, ey? Der Gegnerische Top-Play Greggs hat irgendwie Grests dabei. Da ist das Rek'Sai Jungle mit Feather. Der Wachhus geht locker Armor Pen, da geht locker Armor Pen, weil jeder Armor Pen geht. Und, äh, warum hat der Ballers dabei statt Deathfire, Alter, wenn da kein Crypt gibt? Obert spielt Thunderlord auf Malser Support. Das ist so... Ah, boi. Ja, der hält noch weiter, fand der... ...weck sein. Ja, da hat er so... Von Jungle warst du nicht. Gestern im Ranked aber auch gegen einen Vargas Top-Lane gestillt. Vargas Top-Lane? Vargas. Also, irgendein YouTuber hat wohl einen Deal da rüber gemacht. Oh, Schande übergeht es. Wobei ich das soll sagen muss, dass er gerade nicht auch hart gefliegt ist. Ha, übel der Genie ist das. Ja, die waren da Level 2, was ich verstehe, seid ihr nicht warum? Ja, gut, weil sie einfach sie auch nicht. Aber wir können ja, Izzy. Bisschen böllern. Ja, nach den 2 Minuten sind wir, ne? Stell dich schon mal ready. Aua. Ja, die haben schon alles raus. Na toll, jetzt hieß ich, die haben 2 und... Die haben alles raus, haben die alle zusammen raus. Ja, fast Wattling kommt. Ja. Äh, haben sie gerade irgendein Summler gelöst, oder? Nein. Also, ihr Gnited wurde ich nicht. Ja, du hast schon kein Mal mehr. Se 很久 und jungen mit dem Fall. Oriana ist Miss. Se Person kommt drauf. Was ist denn? Ja, der ist oben, das ist auch nicht mehr Fläscher. Ne, ja, ich laute einfach... Kommst du? Alter, was soll denn das? Ah, Feather! Ich brauch' ne dumpf. Ich hab's gesagt zuviel. Oha, wenn du Waffern zu nehmen, fähle ich abk. Ori hat da irgendwo gewartet. Hat Rex irgendwas geburnt gehabt? Nein. Ja, auch Flash. Das haben wir nicht gerade erst geteilt, oder? Einfach uns lautig zu werden, Mann. Nein, dass ich mich daran erinnere. Kannst topieren gehen. Weg bei BOT. Hast du nicht an Bord gestanden? Ja, hast du nicht. Okay. Nice sprint. Wegser geht wieder zurück. Triple Durant? Ach so. Ich kann mit Blaukai nicht Last hitten, Mann. Das ist so ein Drecks-Champion. Hätte ich besser HeLaOi gespielt. Hast du keinen Text mit den Naroon? Doch, aber der hat so wenig Schaden, Mann. Ach so. Also immer wenn ich einen Maukei facet im 08, aber der macht dann doch irgendwie Schaden. Keine Ahnung. Schon komisch. Ja, aber nicht mit seinen Normal-Hits. Ich hab jetzt OP genug. Irgendeine Schwäche muss er haben, was? Ja, die Normal-Hits sind aber scheiße. HeLaOi ist dahingehend viel besser. Ja. Baut ja auch AD. Gut, wild immer noch. Aber der Gragis ist scheiße. Ähm, der Rex wird übrigens jetzt extrem viel ganken. Weg, 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 weg. Gods wirkt nach Kartinen Kommen, also flieb passiv. WegSiden bitte. Der stand gerade hier. Echt? Ja, der könnte hier rüber tunneln, von da nach da. Glauben하세요. Ja. WegSide ist hier. Boah, WegSide ist hier. emos, impossil. Los geht einfach denn. Okay, wir haben auch keine Sturbs. Er hat ult ihn, ne? Pass auf. Gragas hat schon geultet. Achso. Gut. Maokai. Hoppen auf. Wechsel? Ich hab keinen Mana. Mach mal schnell die Antwort. Das ist doch toxisch. Kommst du gleich mal mit? Die Ori hat keine Samanas. Guck dir geht Amor. Überhaupt keine. Überhaupt keine. Okay. Okay. Nach dem Blue kann ich direkt kommen. Lass dich direkt collapse. Alter, ich hab auch Ulti. Als ich gemerkt hab, dass ich sterbe, hab ich nichts mehr eingesetzt. Nein! Das nächste Mal spiele ich einen Champion auf der Toplane nicht mehr. Äh, Wegstyle wird gleich die Botlane ganken. Okay. Ori ist noch mit ihm. Die sind wahrscheinlich grad hier. Die sind wahrscheinlich grad hier. Ich kann top kommen grad. Falls er dich kämpft, nicht bekämpft. Oh nein. Ich bin mal auf dem Weg, Bot. Na, brauchst du nicht pushen gerade. Okay, dann halt. Kannst du Ori hat einen irgendwie zum Puschen bringen? Ja, wir pushen jetzt gerade. Oh nein. Oh nein. Ups. Ich würd dann gleich nochmal back in, aber ich hab's halt nicht fertig. Ey, wir fighten ja grad nur. Oh, ich geh auch gleich. Oh, lol. Wut? Wut? Halt hier hat grad in der Sekunde wieder OP abgekommen. Das kotzt so an. Mikrofon. Das ist der einzige aus seinem Kotze. Kragas ist hart. Extra ist Mitte. Schief haben wir mal. Backside ist hier. Backside kommt Richtung Bot lane. Ja, aber die gleich wegfällt. Ja, ich guck schon die ganze Zeit, aber... Was kommt da noch? Doch, da ist er. Der pinkwortet der Trebusch. Exile wird gleich zu meinem Red Buff kommen. Ja, glaub ich auch. Genau. Alter. Ja, wechselst du mal nach Fort lane. In der Top lane kommst du wirklich. Bestimmt greedy. Wo genau Exile ist. Nein. Also er war gerade eben vor 10 Sekunden noch da. Da ist gewartet. Du kannst über die Lane ganken theoretisch. Versuch jetzt die Mitte zu ganken. Okay. Reksa ist hier, Reksa ist hier. Ich halte mich. Ich bin nicht da. Jaja, ich bin nicht da. Ich will nur sagen, dass ich halt doch nicht gank. Reksa kommt wieder Bot. Ja, wir sind nicht da. Wir sind Base. Das macht den Pinken kaputt. Ja, der hat jetzt wieder bei der Red Buff kümmelt. Den da. Ach ne. Hat die Oriult ihn jetzt gerade? Ja. Okay, Reksa verpiss dich. Tschau. Bot lane ist miss. Die machen drag. Die machen drag. Die machen drag. Ich hab keinen TP mehr. Oh lol. Die machen drag. Der ist tot. Die machen drag. Die haben die Zwischendings gemacht. Das ist top lane. Ori hat klug gemacht, dass jetzt Reksa ist hier irgendwo. Ich komme mal in die Büsche in der bot lane. Ich weiß nicht, ob davon einer geworden ist. Der E ist definitiv nicht geholfen. Rami kämpfen. Rein, 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 rein. Nice, komm, komm, komm. Ich kann das nicht mal wegflaschen. Nice, Malza, Malza. Komm, 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 komm. Oh. War uns, war uns, war uns. Oh, nice. Ich bin der Counter, Gang. Null Tau. 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 Rami hat nicht zu schlafen, dass wir 3 gegen 3 stärker sind. Deswegen hab ich gut gehabt. Null Tau. 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 Wie läuft die Top-Lane? Ganz gut Toll Tank-Battle Ich muss mal ein bisschen Leo jetzt helfen Malz ist hier Das Problem ist halt, ich brauche nicht unbedingt ein Gank Ich brauche bloß ein bisschen Pressure In der Nähe von Mitte Weil sie steht sonst die ganze Zeit an meinem Tower Und ich kann nicht fahren Was gepinkt wurde im River? Ori ist nicht Treffern! Treffern! Ja Ori ist immerhin Ich hab hier Ich bin aber nicht rein Jaja, das war geil Was ist das? Nochmal den Mod weg? Der war doch disabled, hättest du einfach kommen können Ja komm mit Tower-Posch Komm, komm, komm Krieg's der Top Oh Riemann Ok, dann holg mir den Bot Tower Komm, komm der Kriegstoff weiter Ja, dann kann man die weg Was? Komm zur Mitte Sam Kannst du Oriana beten? Jawohl Die wissen ja, dass wir kommen Geh rein, geh rein, geh rein Geh rein, geh rein Geh rein, geh rein Malz ist hinter dir Hast du Ori? Hast du Ori? Hast du Ori? Kragas ist weg, Kragas ist weg Der stirbt doch, oder? Nice Schön gemacht, das war schön gemacht Kragas ist weg Kragas ist weg Ich bin da sowieso vor, deswegen hab ich noch weg Oh lol Ich bin gleich da Safe Ari, geh weg Wir sind gleich aufzupfiert mit Ari, geh weg Ja Fick, mach Fick, mach Ich geh weg Marco bleibt mal ein bisschen, bitte Ich hab mal noch ne Frage Habt ihr es lieber wenn ich Schwarz platziere oder wenn ich Schwarz entferne im Jungle? Lieber entfernen Wenn wir erhätseln, dann gehst du immer auf Red Trinket Wow 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 Wie nochmal Mirko? Wenn wir erhätseln, dann gehst du immer auf Red Trinket Wenn wir erhätseln, dann gehst du immer auf Red Trinket Wären das die Raptoren gewesen wärst du tot Ja man Hab ich in dem Kasten vorhin rausgefunden Ja botlen slicked gerade die Whale Ähm, Leo Blue? Ja Vorsicht, da sind zwei Leute, da ist Varus Ja Machen mein Wett Ach du ist weg Der komplette Jumann ist weg Irgendwo in der Mitte, die wollen wir scheiß Ich glaube, das war noch der Malzer Ich glaube, das war noch der Malzer 20 Sekunden Ah f**k gut Varus ist immer noch weg Malzer Ulti ist raus Wir brauchen hier Hilfe Muss mal her, gell Varus geht weg, Varus geht weg Da ist Gewordet in den Busch Ja, Rexhaar kann es ja jederzeit gehen Rexhaar hat mein Red Wie gesagt, Malzer hat kein Ulti mehr Äh, jetzt reingehen können, aber egal Äh... Checken jetzt gleich ab Du musst ein bisschen mehr Pressure The answer lies within Ein bisschen mehr Pinks werden nur Ein bisschen mehr Pinks werden nur Als gerade Focus Habt ihr noch Wards hier? Hast du TP? Äh, da ist noch ein Pink-Ward drin in dem Busch Äh, als Jinn kann ich das schreckieren Ich komme, Jinn Ich komme Ja, das Wort ist Rexhaar ist am Blue Varus ist Bot So, wir kommen uns jetzt um den Dragon, ne? Mach das Wort einfach Oder? Ich laufe zu Fuß zum Dragon und tp Pass auf, Ori ist hier Rexhaar wahrscheinlich auch Da ist ein Boot gewesen Egal Hier ist tp, tp, tp Alle aus tp, alle aus tp Alle aus tp, alle aus tp, alle aus tp Ah, ich bin tot Oder? Malta, Malta, Malta Die haben Ori Varus, 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 Varus Varus Gregus Gregus, 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 Gregus Ja, kommt noch ein Rek'Sai Verschützt mich einfach von hinten Varus, Flash Greg, 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 Greg War mal Aber kein Snipe mehr ab Jaja, passt Der Rekt aber wahrscheinlich versuchen zu stehlen Ne, ne, rennt nicht Ich schlaute rein Guck mal, ob der Blüter ist Guck mal, ob der Blüter ist Guck mal, ob der Blüter ist Ja, geh bitte Ja, geh bitte Rek'Sai, man hat schon viel Aua Ja, der wird doch Wenn du alleine bei dem stehst, ja Oh, ne, jetzt geht der Mittal, glaube ich, denke Ich hab leider kein E-Halt Ich hab keinen E-Halt Ich hab keinen E-Halt Haben wir den Mittelpressor? Ne, war Ne, ne, wir gehen Frisch nur rein, also ich muss eh weg Achtung Ist auch weg Ich hab 2-2 Geh weg, geh einfach Wir können eigentlich easy auf den Harry machen, ne Top-Land einfach Top-Land einfach Top-Land ist gerade evil reingepusht Top-Land einfach Top-Land ist gerade evil reingepusht Ja, kommt gleich Er ist in Ich bin da nicht Malzer, Malzer, Malzer kommt hoch Der siegt mich, der siegt mich, greif an Greif an Malzer kommt hoch Doch nicht, vergiss es Der hat mich noch nicht gesehen Jetzt hat er dich doch geblieben, oder? Achso, ne, 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 ich hab mich nicht bewegt So, man Ja Verstim Verstim Ja Harry, bleib bitte Ja Ori, komm Meister und Varos Mitte Meister und Varos Mitte Aufrexlei, aufrexlei Aufrexlei, aufrexlei Ich tank, tank, tank Ori bei euch Top-Varos und Meister mit Knappe Kannst du Mitte halten? Top-Land pushen, Top-Land pushen Ne, Karma geht Mitte Brauch ich hier nicht Ja, ja, ja Shit Ah, der hätte treffen müssen, scheiße Wir können 2 Tau holen Ne, brauchen nur einen Ich lass uns einfach 2 Tau lassen 3 Meter Ich komm von hinten rum Pass auf Nicht falsch Nice, Ori holt ihr's raus Knappe Knappe Pass auf Die Meister, die auch Die kommen top, die kommen top Ja, kommen sie definitiv Ok, weg Alle weg Follow Rexei, kommt, Rexei, kommt, Rexei, kommt Lauft einfach, lauft einfach, lauft einfach Na, wir gehen raus Kommt ihr, seid ihr safe? Leo geht zum Blue Leo geht zum Blue Leo geht zum Blue Okay Gib mal den Leo den Blue Raus Varus Nein, raus Ich geh base, ich geh base Pass auf, der wird erst ziehen Ja, der wird erst ziehen Move gut Na, die Klingel ziehen wir da Mitte ist Mitte auf Held Halt einfach T2 Halt einfach T2 Halt einfach T2 Ja, wer ist denn dein Jungle Camp? Oh, wie ist hier? Alle wieder auf ihre Lanes Nein, das stimmt daddy aus We have all we have our choices Halt's house, unter uns Drecksail auf 2 Sekunden, um mitzukommen, ich hab Ulti Ja, findest du nicht Warton River? Oh mein, da wurden gerade alle wieder gekriegt Nein, nein, nein Reckseil, geh noch, reckseil, geh noch Reckseil, reckseil, ja, ja Hier ist Mansa Wir sind nicht bei dir, Leo, äh, Uko Raus Äh, Orion hat Ulti raus Orion hat Ulti raus Okay Ja, einfach reinpushen Den Tower holen wir Raus oder Pick? Mach uns irgendwie jetzt raus Ja, hätte sparen sollen Okay, Raus, geh raus, wir haben keine E-Camp W collapsing Anda steht ein bisschen zu weit vorne Ja, ja, ich wollte Ori pickern Ah, ich kann david Wami hat ein bisschen zu viel Leben für dir Wow, kannst verblähen Drangler 48 Nein, Ufuk Ist das dein Ernst? Drangler ab Na Ufuk, Leo braucht echt mal Farmen, der hängt gerade hinterher Ja, sonst machst du dem das Spiel kaputt Na, ich hink auch hinterher Nein, du hast 4 Kills, Mann Na, aber beim Jungler ist das nicht so tragisch Na klar ist das tragisch, aber mit Lainers sind die nicht tragisch, ne? Die kriegen wir, die sind zu zweit Sorry Alles gut Nein Drang, 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 Drang Ja, ja, ja Ich pushe Top-Lane weiter Wow, 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 wow Also wenn zu kritisch ist Soll ich engagen? Ne Wenn zu kritisch ist, geht bitte raus Ich mach Top-Lane-Push Meep Oh shit, ich hab grad nie gesagt, ne? Wow, fuck Weil die auf der anderen drangiert Bleib nach links Geht nicht, Drang Okay, ich kann zu Drang Komm Drang, ich komm Drang, ich komm Drang Ich komm Drang Ich hab keine Worts mehr Ich bin nochmal weg Genau da wo du gewohntest Rekzai? Ich geh da nicht nochmal rein Ne, okay, alles gut Pass auf, Jinn Rekzai könnte zu dir kommen Ja Ja Nicht rauf, nicht rauf, nicht rauf Du bist alleine, du bist alleine Du bist alleine Ich sag tief Komm Na Zwischen Sekunden, dann hab ich ult Gargastopp Ich hab kaum noch mal einer Lass dich schon back in, ich hab ne Menge Kohle Ja Ja, so wie der Worts aufbauen Jaja, genau Kommt zum Blue Deren blaue Trinkets sind auch gerade genutzt worden Rekzai ist topset Kragas und Maiza haben Botzeit Danke Gerade splittet, können wir irgendwie Ori catchen? Ne, die sind alle Mitte in der Nähe Wir können Toplane siegeen und dann Teamfight forcen Wenn die trotzdem engageren Wir gehen können auch 4 gegen 5 Ori, 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 Ori Ja Okay, drauf, drauf, drauf Ja, ja Kragas, einfach, Kragas, Kragas Raus Rekzai Rekzai, Rekzai Nicht zu deep, nicht zu deep, nicht zu deep, nicht zu deep Nicht zu deep, nicht zu deep Nicht zu deep Die hätten eigentlich schon zu Ende machen können Die hätten eigentlich schon zu Ende machen können Ja, wir kriegen Tower dafür Ja, wir kriegen Tower dafür Was heißt War gut Lori, du holt die? Nein Ich glaube ja Der hat ja auf mich gelegt Nein, der hat ja auf mich gelegt Lori Ok, ich geh wieder raus Ich geh botlane Warum? Nein, nein, wir toweren, wir holen die Tower Wir toweren müssen wir auf jeden Fall holen Ja, ok Ja, ok Nein, ich bin jetzt noch im Bott, ja Nein Ich bin jetzt noch im Bott, ja Den Jugger Der hat ja nicht nur mit Geräte Wer nachdenkt Der von einer Oh, ich bin jetzt noch im Bott Was ist das nächste Ziel? Barron? Barron, oder die T2? Bot. side Barron und die Ab Sicherheit Wir können an Barron catchen, ne? Ja, wir chillen müssen ja einfach nur auf den ihre Fehler warten. Ähm, wir gucken mal was wir machen. Ich werd mal mein Pink Ward irgendwo am Baron am besten hier platzieren. Ne, das ist zu offensichtlich. Wodan? Ach hier, in den Kleinbusch davor. Ich mach den RedBuff. Ok, ok. Aber genau in die Ecke hier vorne halt, ne? Ja. Boah, Alter. Die haben das jetzt schon wieder gesehen. Exile ist Top-Land. Vargas? Ja. Bist du Bot-Side, Logo? Äh, Bot-Land? Oder ein Basketball? Nee, ich komm mit. Haben bekommen. Exile ist immer noch Top, ich hab ihn kurz im Wush gesehen. Ja, Greggie will engagieren. Gehen wir mal kurz ein Needless-Reed. Wo ist der gefährliche Fug? Die sind doch alle in der Mitte aus der Wechsel. Ich sehe bloß Gragas und Varus und Malza. Na, die kommen zu mir, glaub ich. Nee, Obi ist auch Mitte. Soll ich mal reinspringen? Nee. Noch nicht, was soll ich da hin? Oh, Alter. Soll ich mal reinspringen? Ist negativ. Wir müssen unseren Need mal ausnutzen. Oder besiegt schon Bot einfach. Bleib hier mit. Karma kann mitkommen mit Bot. Wir können hier fighten. Ja, rein, 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 rein. Kein E mehr. Oh Loll, dies ist scheiß. Gragas, 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 Gragas. Nein, 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 lexai, 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 lexai. Sorry. Wir haben nur Hackerin verloren, die haben 3 Leute verloren Boblos Ufok, alles gut Wow 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 Aber nächstes Mal bitte was sagen Ja definitiv, das war gerade passiert Ja die war auf einmal in meiner Range Deswegen Die war auf einmal in Reichweite Ja der hat mich auch noch fast umgebracht Nur durch den Tiamat Aber er hat ja nur Tiamat offensiv, sonst nichts Aber er hat ja nur Tiamat offensiv, sonst nichts Meister kommt Dragon ist da, ich hab 18 Sekunden, fuck, gar nicht gesehen Gagas ist top denn Hat bestimmt TP ab Mir gefällt unsere Combo sehr schön, weil wir eine klare Grenze haben Zwischen Frontline und Blackline Keine Wards bei denen im Genre Ok perfekt Wir können hier theoretisch nochmal hier trillen Wir werden uns sicher auch für den J Ich komme, ich komme Ok Ah, schöne W Botlane, 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 Botlane Ja, Botlane, 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 Botlane Ja, kill den Marius Ok, weiter Mitte pushen Nein, Botlane Ja ihr könnt Botlane machen, wir machen bitte Ja, da einfach freien Botlane Auf Orianna, auf Orianna Ich hab sie doch recht Ach sie hat Ach sie hat Oh Leute, der Grandship, kacke alter Wir pushen von zwei Seiten Den hätte ich gern Wenn der kommt, dann engage ich auf den Aber den Hippichor will ich auf jeden Fall mitnehmen Aber den Hippichor will ich auf jeden Fall mitnehmen Komm, den nehmen wir von hinten Ja, ich hab ihm kaut, also du Wenn dann erst den Maizer haben Wenn dann erst den Maizer haben Ok, ich geh mal raus Rauchst du? Keine Minis mehr, keine Minis mehr Man darfst Barron machen, oder? Wir müssen jetzt sowieso verteidigen Ja, darf ich einfach einen Barron machen Warum nicht? Wenn die kommen, töten wir die Ja, wie nah Ja, wir haben sechs Dauervorsprung Wir haben zwölf Kills Vorsprung Hm Aber das wäre auch alles Selbstvertrauen, oder wir baiten sie Oder wir baiten sie Eins von beiden Die haben keinerlei Monster Also, mein Plan wäre Endlich mal einen Kill zu kriegen Was? Da brauchst du nicht Ich versuche mehr Assists Als Magi zu kriegen Wie ist ein Wort? Transzibieren Da hätten wir so ein Wort Da fangt doch an Ihr wollt doch machen Der macht einen Hit Etwa Wir machen zu Ende, wir machen zu Ende Ja, da fangt Ja, das ist mein Und, ich guck Oh fack Raus, ulti ist raus Raus, raus Raus, raus Ich hab ziemlich viel Schaden Hallo, Ori hat Ulti raus Gehen auf Ori Ori nice, nice, nice Varus, 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 Varus Alter, wir fahren nicht, wir carried mal nicht Schillig Crackers, 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 Crackers Rackers, Crackers, Crackers Halt Hab'n Kill? Ich hab'n Kill Ich 3 Der Leo hat einen Kill Der Spiele wird jetzt gewonnen Das ist mir nicht genauso gut wie Magi Finishing Ja, ich kann finischen Ja, schön Ja, schön Wieso scheiße angefangen? Ja, weil der O5 nicht zuerst auf dem Toplane war, sondern der gegnerische Jungler war zuerst. So sieht's aus. Mal wieder verkackt.